Hallo und willkommen zu dieser ganz, ganz, ganz kleinen Folge Fortnite. Ich glaube, dass es hier ein Teaser-Bild ist von Season 8. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, dass es darstellen soll und, ja. Warte, ich komm gerade. Und dabei ist Nekla. Pädoyal. Season 8, Schatzensicht. Reicht, Chimo? Ja, ich guck. Die Munden doch, was geht verloren. Oh, der ist gerade nicht bezackelt, Dennis. Achso. Schatzensicht. Also heißt das, dass Season 8 was mit Piraten zu tun hat. Piraten. Arrgh. Okay, ich kaufe diesen Weltpass schon mal nicht. Spaß. Weiß ich nicht. Warum? Das sieht so richtig hässlich bestimmt aus. Ja, wo willst du das wissen? Das ist ja Anke, die Gung von ganz Dings. Aber naja, okay, Leute. Das war's dann auch schon wieder. So, könnt euch das und ja, ich kann endlich was mit dem Kopf wippen. Das war's dann auch schon wieder. Das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank.